Ist das Kapitel Joshua Kimmich beim FC Bayern bald beendet? Wie Sky in Form von Florian Plattenberg berichtet, könnte Kimmich die Bayern sogar bereits in diesem Sommer verlassen. Vorausgesetzt, den deutschen Rekordmeister erreicht ein angemessenes Angebot, so heißt es zumindest. Und angeblich haben die Bayern auch keine Pläne bezüglich einer Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Vincent Kompany hat andere Pläne für das Mittelfeld und da gilt Joao Palinha immer noch als das Wunschziel. Entsprechend rückt eine Trennung zwischen Kimmich und dem FC Bayern immer näher, entweder jetzt oder dann spätestens nach Ablauf seines Vertrages. Kimmich selbst, darüber habe ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen mit euch gesprochen, wäre wohl bereit in sein letztes Vertragsjahr zu gehen. Und die gewünschten Ziele, wenn es zu einem Wechsel kommt, wären wohl Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid oder der FC Barcelona. Da kann man echt mal gespannt sein, ob einer dieser Klubs ernst machen wird. Allen voran Hansi Flick gilt ja als ganz, ganz großer Fan von Kimmich. Er ist ja jetzt aktuell Trainer beim FC Barcelona, allerdings sieht es da ja finanziell nicht ganz so gut aus. Bei Manchester City vielleicht nochmal bei Pep Guardiola unter seinem einstigen Entdecker, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Genauso wie, dass er tatsächlich 2025 ablösefrei gehen könnte. Ich meine, in der kommenden Saison steht ja ein potenzielles Finale daheim in der Champions League an. Dieses zu erreichen wird natürlich alles andere als einfach, aber das wäre natürlich nochmal ein Ziel, welches es sich lohnt anzustreben. Ein Punkt, der übrigens von der Bild ins Spiel gebracht wird, ist auch der, dass Kimmich im Rahmen der ZDF-Doku die fehlende Unterstützung des FC Bayern in Folge der damaligen Debatte während der Corona-Zeit bemängelte. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an sein Interview 2021, welches ja wirklich große Kontroversen ausgelöst hatte. Das Thema wollen wir jetzt hier natürlich nicht nochmal breitschlagen, aber dass das jetzt mal unabhängig davon, welcher Meinung man ist, auch für Kimmich eine harte Zeit war, das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Und auch wenn sich die Führung des FC Bayern seitdem jetzt völlig verändert hat, seine Aussagen in der Doku sollen beim FC Bayern intern so überhaupt nicht gut angekommen sein, heißt es bei der Bild. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, vorstellbar ist es auf jeden Fall. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich einen Kimmich-Abgang auch sportlich sehr sinnvoll finden würde und zwar für alle Beteiligten. Immerhin war Kimmich auch mit einer der Sündenböcke in den vergangenen Jahren, wenn es beim FC Bayern nicht lief. Das muss man einfach so sagen. Das ein oder andere Mal zu Recht, oft wie ich finde aber auch sehr zu Unrecht. Darüber hinaus hat er ja mit dem FC Bayern auch alles gewonnen, was man gewinnen kann. Auch in der Hinsicht wäre es für ihn selbst vielleicht auch mal ganz spannend, nochmal in ein anderes Land, eine andere Liga zu gehen, um da nochmal neue Ziele zu erreichen. Und der FC Bayern könnte auf seiner Position einen Umbruch vollziehen, den man ja ohnehin anstrebt. Ich meine, Pavlovic, dem gehört auf jeden Fall die Zukunft. Man plant noch einen defensiven Abräumer für die 6er-Position zu verpflichten. Ob das jetzt Palhinja ist oder dann am Ende jemand anders, sei jetzt erstmal dahingestellt und ist eigentlich auch egal. Von daher kann ich durchaus auch nachvollziehen, dass auch die Bayern sich jetzt hier nicht unbedingt darum reißen, dass Kimmich seinen Vertrag verlängert. Mal ab davon, dass man ohnehin seine Bezüge dabei verkürzen wollen würde. Kimmich gehört ja zu den absoluten Topverdienern und dieses Gehalt möchte man ihm verständlicherweise auch nicht mehr zahlen. Und wenn Kimmich in der Hinsicht keine Abstriche machen möchte, dann bleibt er im Grunde genommen nur noch ein Wechsel in die Premier League und da dürfte er auf jeden Fall einen Markt haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, natürlich wäre es jetzt eine Option, Kimmich auch als Rechtsverteidiger weiter zu behalten. Aber erstens glaube ich nicht, dass Kimmich diese Position jetzt dauerhaft weiterspielen möchte. Klar, er hat es jetzt bei den Bayern in der Rückrunde gemacht und macht es jetzt auch bei der EM. Aber ich glaube, danach wird er wahrscheinlich alles dafür tun, um einen Stammplatz im Mittelfeld zu bekommen. Bei den Bayern wird das jetzt natürlich schwer, wenn er da jetzt noch ein Jahr bleibt, da ja Kompany wie gesagt im Mittelfeld anders plant. Aber wenn er dort nochmal langfristig einen Vertrag unterschreiben würde, beziehungsweise seinen Verein wechselt, dann wird das wahrscheinlich eine der Voraussetzungen sein. Gehe ich zumindest mal von aus. Aber schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Sollte Kimmich über 2025 hinaus beim FC Bayern bleiben oder sagt ihr sogar, dass ein sofortiger Abschied die beste Lösung wäre? Schreibt es mir gerne mal unten rein. Und jetzt kommen wir zu einem sehr kontroversen Thema, denn es geht schon wieder um einen Spieler des VfB Stuttgart in Verbindung mit Borussia Dortmund. Und zwar hat der BVB Chris Führig als mögliche Alternative auf dem Zettel, wenn eine erneute Laie von Jadon Sancho, beziehungsweise ein Kauf von Jadon Sancho nicht funktioniert. Und dieser Fall sieht ja momentan auch sehr wahrscheinlich aus. Ja, es gibt wieder Berichte, dass Manchester United angeblich bereit wäre, Sancho zu verleihen, aber das ändert sich ja wirklich wöchentlich, was United angeblich für Sancho verlangt. Da müssen wir einfach in der Richtung noch ein bisschen abwarten, um Klarheit zu bekommen. Und wie gesagt, eine mögliche Alternative wäre Chris Führig. Und ich glaube, aktuell ist auch niemand überrascht, dass dieser Name beim BVB auf der Liste auftaucht, nachdem man jetzt zuletzt Waldemar Anton verpflichtet hat und alles daran setzt, auch Zero Girassi zu bekommen. Die beiden sind für mich auf jeden Fall aus BVB-Sicht auch sehr sinnvolle Transfers, muss ich sagen. Aber meiner persönlichen Meinung nach wäre es dann wirklich irgendwann so richtig lächerlich, wenn jetzt auch tatsächlich der Transfer mit Girassi überhaupt funktioniert, wenn man dann auch noch einen Dritten der Stuttgarter an Bord holen würde. Das würde einfach zeigen, dass man momentan extrem unkreativ ist, was ich an sich ja noch nicht mal schlimm finde. Am Ende kommt es ja darauf an, dass die Transfers einfach funktionieren und dass der Verein einen Schritt nach vorne macht. Und bei Girassi und Anton sehe ich das durchaus. Und ich meine, Chris Führig ist jetzt kein schlechter Spieler und ich kann mir vorstellen, dass er auch beim BVB funktionieren kann. Aber seine Ausstiegsklausel beträgt 25 Millionen Euro. Und ich wage mal zu behaupten, dass wenn man sich auf dem Transfermarkt mit einem Diamantenauge, welches man ja eigentlich in den eigenen Reihen hat, vernünftig umschaut, findet man für dieses Geld auch ein Top-Talent für die Offensive. Natürlich, fairerweise, man hat mit Duran Will und Beino Gittens und eigentlich sogar auch Karim Adeyemi, der immer noch sehr jung ist, große Talente im eigenen Kader und man sollte jetzt nicht nur Talente holen. Nichtsdestotrotz denke ich einfach, dass man es an der Stelle echt nicht übertreiben sollte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Auch wenn Chris Führig wirklich eine grandiose Saison gespielt hat. Acht Tore, sieben Vorlagen in 34 Bundesliga-Partien können sich auf jeden Fall sehen lassen. Er ist im Dribbling richtig stark und kann auch seine Mitspieler in Szene setzen. Und im Zweifel, wenn man jetzt wirklich Gerasi und Anton bekommt und dann, weil der Sancho-Transfer nicht klappt, tatsächlich bei Führig ernst macht, dann macht es ja auch in dem Sinne Sinn, dass die Spieler alle eine Connection zueinander haben und sich nicht großartig einspielen müssen. Aber trotzdem wäre das spätestens mit diesem Transfer dann eine Nummer zu dick. Da würde ich ehrlicherweise an der Stelle lieber einen Jan-Niklas-Beste verpflichten, der meiner Meinung nach eine ähnlich hohe Qualität hat. Für mich der beste Flankengeber der vergangenen Bundesliga-Saison war. Scoring-technisch ein ähnliches Potenzial mitbringt, nochmal ein Jahr jünger ist und aufgrund seiner Vertragskonstellation wahrscheinlich noch nicht mal 10 Millionen Euro kosten würde. Also wenn man schon an der Stelle unkreativ sein möchte mit einem Spieler aus der Bundesliga, der nationalen Mannschaftspotenzial hat, dann kann man es auch gleich so machen. Beste für mich sowieso ein Spieler, den ich ehrlicherweise gerne beim BVB sehen würde. Ich habe ja vor ein paar Wochen oder zwei Wochen, müsste das jetzt her sein, ein Video gemacht, wo ich mit euch darüber gesprochen habe, welche Transfers ich anstelle des BVB tätigen würde. Und da war ja Jan-Niklas-Beste bei mir ein Kandidat. Zum einen aufgrund seiner Ablöse, zum anderen aber auch, weil ich finde, dass der BVB, wenn man schon mit Stürmertypen wie Gerasi und oder Füllkrug spielen möchte, auch mal einen vernünftigen Flankengeber braucht. Deswegen Beste für mich persönlich die bessere Option als Führig. So, wichtig wäre jetzt aber auch nochmal zu sagen, bevor die Stuttgart-Fans jetzt wieder ausrasten, was ich auch verstehen kann, wenn man nach so einer geilen Saison seine Leistungsträger an die direkte Konkurrenz verliert. Denkt immer daran, Stand jetzt sind die meisten Themen nur Gerüchte. Jetzt mal abgesehen von der anderen Geschichte, da dürfte wirklich nichts mehr dazwischen kommen. Aber Gerasi ist noch nicht da und Führig ist nicht mal Plan A. Des Weiteren bleibe ich dabei, man sollte vielleicht genauso hinterfragen, warum all diese Spieler überhaupt auch eine Ausstiegsklausel wollten. Es ist ja nicht so, dass der BVB jetzt stumpf den VfB kaputt kaufen würde, wenn es denn so eintreffen würde, würde ganz wichtig nochmal unterstrichen, sondern die Spieler und die Ausstiegsklauseln sind ja auch ein Teil davon, dass das so überhaupt möglich ist. Aber gut, da wollen wir jetzt auch nicht jedes Mal drüber diskutieren. Ich würde auch hier nochmal an euch weitergeben, wenn ein erneuter Sancho-Transfer zum BVB endgültig scheitert, wer wäre eure bevorzugte Lösung? Denkt ihr, Chris Führig wäre da ein guter Kandidat? Oder würdet ihr wie ich vielleicht ein Auge auf Jan Niklas Beste werfen? Oder hättet ihr da einen ganz anderen Namen im Sinn? Gerne auch damit mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.